hallo meine lieben tja forschen die nun so oder oder vorher auch nicht keine dementsprechenden arbeitsbereiche gehabt wie war das wie forschen die jetzt hier auch bei den anderen haben wir es doch auch geschafft komm doch bitte jetzt was auf temperatur ne so wir suchen ja ist ja alles schön ist ja alles schön ich suche nicht bei barrieren forschung was denn jetzt was denn jetzt los ja und nu ja 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 und ja das das so ja ja das ja Forschung. Warum sieht denn mein mein letztes so aber auch nur weil du anders ausgesehen hast. So sieht das jetzt sieht das aus wie die anderen auch. Nur drei T-Ärzte, da können die ruhig. Hmm. Hmm. So ist nur die Straße, ne? Straße, ein Weg natürlich, ein Weg. Nein. So. Man sieht das hässlich aus. Was habe ich denn jetzt gebaut? Achso doch, das ist ja die. So. Mehr erfahren. Geht nicht um. Es geht in der Forschung. Ja, da ist sie doch. So. Siehste. Ach jetzt hat die den. Wir haben ja noch eins frei. Dann gucken wir doch mal, Opfer. Was ist jetzt los? Preis. So. So. Die Spinnen haben wir erstmal. Was ist denn hier mit den Diamantschöckkröten? Das sind nur Weibchen. Das sind nur Weibchen. Zwei Weibchen nützen uns ja auch nichts. Sollte ja schon erstmal ein Feuer Salamander. Gelbe Anaconda. Männchen. Ja, hallo. Gelbe Anaconda. Männchen oder Mäuser. Männchen hatten wir. Weibchen. So. Gelbe Anaconda. Ich mein okay. Ich tu mich zwar immer noch sehr schwer damit. Mit dem ganzen hin und her hier und so. Aber es macht doch richtig Spaß. Drogengröße 1 bis 2. Also mehr brauchen wir gar nicht. Gut. Wenig Geld. Wenig Geld. Warte mal die Zeit ab. Warte mal die Zeit ab. So. Wie war ich eigentlich? Unser. Hier ist unser Häuschen. Anzusenden. So. Es scheint langsam. Ich will es nicht beschreiben. Aber es scheint langsam zu klappen. Deswegen würde ich sagen. Wir bauen. Ich baue jetzt erstmal noch. Die wirklich. Die wirklich aus hier. Temperatur. 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 25 bis 30. 80 bis 90. So. Okay. Na jetzt weiß ich ja. Jetzt gehen wir zum Forschungszentrum. Achso. Da ist schon. Da ist Judith schon drin. Und hier. Wie auch. Hä? Ey. Okay. Erforsche unsere. Okay. Dann machen wir das. Wir suchen jetzt. Dann suchen wir noch. Dann suchen wir noch. Bisschen wir sie bauen. Noch ein Vivarium. Eins kriegen wir im Moment noch hin. Wenn wir. Wenn wir. Wenn wir. ... Ich habe es nicht so gut, ich habe es nicht so gut. Einrichtungen. Da sind sie doch. Ach, da hatte ich schon eine stehen. Okay, die ist ganz wichtig. Die ist ja ganz wichtig. So Bildung. Was habe ich sie jetzt? So. Oh, ein Papierkopf. Hey. 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 Schildkröte. So, aber vorher. Diamantschildkröte. Wie heißt sie? Ah, wieder vergessen. Ach, gar nicht mit oben, was sie heißt. Direkt Diamantschildkröte. Die haben eine Schildkröte, so. Okay, das können wir dann einstellen. Eins bis acht. Okay, also können wir ruhig mehrere Weibchen reinbasteln. Ja, dann machen wir das. Diamantschildkröte, sehr gut. Okay. Okay. so ein männchen haben wir so ein männchen so ein männchen so ein männchen so so ein männchen 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 sch 누구